So meine lieben Freunde, damit herzliches Willkommen zurück zu Divinity Original Sin 2. Ja Leute, Tutorial abgeschlossen im letzten Part und ich würde sagen wir gehen einfach mal nach oben. Was ist eigentlich das hier? Quellenverstummt. Achso, der Charakter kann keine Quellenmagie mehr einsetzen und keine Quellenmagiepunkte mehr erhalten. Wegen dem Halsband hier natürlich. Sollte klar sein. Ja, für alle die es noch nicht wissen, wir sind, anders als noch im ersten Teil, diesmal kein Quellenjäger, sondern ein Quellenmagier. Also ähnlich wie Ikara aus dem ersten Teil noch. Aber können noch keine Magie einsetzen, weil wegen, ne? So. Da wären wir, Leute. Ich würde mal interessieren. Also ich glaube die Magister, das sind auf jeden Fall solche Leute, die auch so Quellenjäger sind, so gefühlt. Ich weiß jetzt noch nicht mehr, waren die auch im ersten Teil schon vertreten? Ich meine noch nicht, ne? Nicht richtig. Kleiner Folie und... So lange haben wir die Quelle als zugendhaften Teil der bürgerlichen Gesellschaft angesehen. Doch müssen wir unseren Blick nun auf die Herrschaft des Quellenkönigs richten, um zu verstehen, welch Chaos diese Magie anrichtet. Eines Tages wird es vonnöten sein, dass ein anderer Ort in die Fußstopfeln der Quellenjäger tritt. Quellenmagier können und müssen zum Schweigen gebracht werden. Das neue Quellenhalsringmodell von Wredemann hat sich als äußerst effektiv erwiesen. Trockenliegen der Quelle. Okay, jetzt sieht man anscheinend auch noch nicht mal mehr, was das für Bücher sind. Wie noch im ersten Teil, da hat man direkt den Namen gesehen. Achso, da kommen wir gerade her. Goldkelch. Könnte nützlich sein. Wenn wir später verkaufen wollen. Ich weiß jetzt nur nicht, können wir auch die ganzen Sachen, die wir hier finden... ...auf die Insel nachher mitnehmen? Mörser und Stöße. Ich glaube, da brauchten wir das nicht auch für Alchemie oder so einen Scheiß. Uraltes Buch. Das dürfen wir aber anscheinend nicht lesen. Da bist du. Du bist nicht zu tief, ich hoffe. Die Köln, ich meine. Oh, nicht zu worrychen. Every dog has to get used to its leash. In the meantime, your next stop will be Magister William. All passengers have to be registered in the ship's manifest. And he's the chap in charge of the logs. You'll find him on the other side of this deck in the officer's quarters. Erwähnen, dass es im Frachtraum einen kleinen Unfall gegeben hat, der Gefangene ist tot. Ist er? Oh, well. Some Probleme sind einfach selbst, nicht wahr? Hinüberlehnen und flüstern, dass der Magister unter Deck eine fatale Begegnung hatte. Na, das letzte, woran du dich erinnerst, ist, sind deine... Sind deine 15... Ist dein 15. Bier. Ist das hier das Klo vom Boxkopf? Das ist das Klo, nicht wahr? Wenn du die virtuelle von meinem Klochkopf hast, ich mache eine gute Sache, etwas besser, als ich eine Klochkopf habe, um deine Klochkopf zu machen. Index fingers pressed to her lips. Sie pausen ein Moment, um dir eine scrutinierende Gander zu geben. Meine Worte. Du siehst du ein bisschen befuddelt, nicht wahr? Vielleicht war ich ein bisschen zu generisieren mit dem Sedativen. Oh, well. Ich bin sicher, dass du bald wieder wütst. Most sicherlich. Eventually. In der Zeit, all du musst wissen, ist, dass wir in der Weg zu Fort Joy. Eine neue Leben erwartet. Und wenn du eine besonders gute Frau bist, vielleicht auch eine Klochkopf. Ein End für die Sorge. Für gut. Sie ist vergebens an dem Ding und deinen Hals zu erfahren verlangen, warum sie dir einen Halsring verpasst hat. Warum? Für meine Frieden der Meinung, natürlich. Warum nicht du versuchen, einen von diesen Sorge-Spellen von dir zu lassen. Schau, was passiert. Du erinnerst dich an große Macht, die dich... die sich dir angestrah... Was? die sich in dir angestaut hat und dir zur Gebote stand, bevor du gefangen genommen wurdest. Endfest, Lizzie. Ich glaube, es ist eine große Herausforderung. Für eure eigene Hoffnung, natürlich. Dein und der ganze Welt. Ach, ich darf es doch lesen. Der Quellenkönig behauptet, dass seine Magie zu abscheulich ist. Ich werde mal ganz kurz schnell machen, Leute, weil wegen... Ach, abgezogen. Führe einen erfolgreichen Diebstahl durch. Ups. Kann ja mal passieren. Oh, oh. Ach, die hat Rüstung. Shit. Shit. Oh. Das war's. Ob wir das denn kriegen? Schockiert. Leute, wir machen die einfach kalt. Hat keiner gesehen. Du hast nur ein fleckiges Hemd, ist ja langweilig. Aber das hat's das, was wir jetzt haben. Oh lala. Okay. Na Leute, ob wir hier alle platt machen wollen? Das Problem ist halt, wir haben halt wirklich irgendwie nicht wirklich die Möglichkeit, uns anders zu heilen als durch diese Tränke. Und wir sind jetzt schon wieder alles rechts. Wir haben halt auch keine Nahrung oder so, weißt du? Die sagen anscheinend nix. Okay, da sind auf jeden Fall jetzt ein paar mehr Gegner. Sie informieren, dass sie ihn nicht beschützt, sondern eingekelkert hat. Finn, nicht so gut. Das war das. Er war bereit für uns zu helfen. Two things scared the living daylights out of him. His own shadow. Und his own source. Wir finden, wer hat das gemacht. Speaking of... Mit den Schultern zucken und sagen, dass das auch möglich ist. Immerhin bist du eine Quellenmagierin. Lachen, glaubt sie wirklich, du würdest einer Magisterin helfen, eine von denen, die dich eingesperrt haben? Think about it. It's one of you who got killed, not one of us. We want to find who did it and bring them to justice. Who's your real enemy here? You'll let me know if you hear anything. Whoever did this is dangerous. Wir können sogar... Sachen verkaufen, einfach hier. Behind the Magister, a blooded mass lies in a heap. Gore and limbs lie at odd angles. You can't make out a face amid the mess. Es war mein, in den Raum zu flücken, dich umblicken und fragen, was passiert ist. There's been a murder. A sorcerer was killed by one of your own. Lucky you were busy getting your collar fitted at the time. Or you'd be a suspect like the rest of them. Waters is investigating. She'll figure out who did it. Always does. Fragen, ob er den Toten konnte. It's a small ship. His name was Finn. Oddball. Looked at me, like he saw something he wished he hadn't before he came here. We'll find out who did it. One way or another. A young Magister stands pale and silent. Her knuckles whiten around her weapon as you pass. Also, hier sind schon ein paar Morde passiert auf diesem Schiff. Das kann nicht natural sein. Gedichtband. Okay. ich bin echt um überlegen oder ob wir die alle kalt machen sollen wenn es möglich ist ich meine gut hier wird es schwer wahrscheinlich weil es drei leute sind guckbier guckbier tut mir echt leid oh nein ja ich brauche die nahrung was soll ich machen wir hätten uns eigentlich auch hier ausgeruht die primär der tribute des georgers werden erhöht schützfrau verstummt und geblendet und niedergeschlagen so dann reden wir mal mit den ganzen hauptcharakteren hier ihn fragen was er wissen will er träumt seufzen und ihm fragen was so ein name überhaupt zu bedeuten hat ihn fragen was er wissen will der divine order wants to know well you aren't here on my list scramey we're trying to catch you killer here you sorcerer blood no go höf Das bedeutet, dass wir schon Freunde sind. Meine Mutter hat mir gesagt, dass wir nicht Freunde machen, mit Lizards und Elves und Dwarfs und waschen. Aber ich denke, dass sie gut sind. Wow! Du bist cool. Ich liebe deine Haare. Ich liebe deine Augen. Ich liebe deine Farbe. Ich habe eine auch. Du kennst dich Losa? Sie ist eine wirklich gute Singere. Ich bin besser. La, 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 la. Mhm. Ah, da bist du. Frau. Würdest du bitte sagen, diese sehr charmante Gagel von nicht allmählichem Faden, dass ich bei keinem Bezug bin diese Losa-Win, und ich singe. Ich bin zufällig allergisch. Den Haufen dreckiger Kinder betrachten und feststellen, dass sie dir durchaus etwas rotzlöffelig vorkommen. Die Kinder anblinzeln. Wer ist Lose? Die Kinder, die Sie, die Kinder anblinzeln? Sie riefst für uns. Sie schildern von ihnen. Sie sprechen einfach so schnell aus. Sie sehen, sie schildern. Sie sehen, sie lachen. Sie sehen, sie schildern schildern. Sie schildern von ihnen mitfüllen. Ja, ok. Sie sich jetzt nicht so an. Fragen, ob sie keine Begleiter in ihrem Alter finden konnte. Ihr sagen, dass sie sich mit dir zusammen umsehen sollte. Ihr könnt aufeinander aufpassen. Fragen, ob sie etwas über den Mord weiß, der sich an Bord geeignet hat. Nein, ich versuche nicht zu herausfinden. Ignoranz ist Blitz. Die Utterer, die besser. Suddenly, ihre Augen blühen zu einem unnatürlichen Blatt. Greyish Veins run down ihre Gesichter, und ihre Mouth tightens into eine Krülle Sneer. As schnell sie kam, die Blüten blühen. Sie schreit, als ob sie keine Veränderung kam über sie. Good luck, Chief. Oh ja. Laut überlegen, was sie macht. Besten Schicksal entscheidet sie. Don't worry, Honey. It isn't yours. She looks you up and down, with the nearest hint of a coy smile on her lips. Never say never, though. Mhm. Wenn sie Schicksale mit Würfeln besiegeln kann, können sie dann auch aus Rinderdärm die Zukunft lesen? She eyes you quite seriously. Oh, not the future, no. But I can read the past in flesh. One of the perks of being an Elf, you see. I'm quite good at it, too. I could lick your arm and tell you how you spent the night before last. Shall I? Wieso eigentlich nicht? Den Arm ausstrengen. She gives your arm a vigorous stroke of the tongue. Efficient, like a cat groomy. Hmm. You were in a cellar with other sorcerers. As everyone lay sleeping, you lay awake, thinking of someone back home. A very special someone. You were reminiscing. About the things you used to do together. In großen Augen zugeben, dass das hundertprozentig stimmt. Of course it is. The truth is right there. Skin deep. But don't you worry, darling. Your secret's safe with me. I don't lick until... Cool. A scruffy man lounges against the wall with scarred arms folded. A sly smile playing on his face. He stares across at the Magister guarding him. Noticing you, he straightens and beckons for you to come closer. Watch your back, new fish. There's a murderer on board and I bet three months pay is this trampy fan. Rolling his eyes at the Magister's warning. The man named Ifan beckons again. Näher zu ihm gehen. He leans in and adjusts your collar with a sharp tug, balancing its weight, so it no longer presses unpleasantly on your neck. He winks. Pinches less that way, right? Hocking a phlegmy gobbit in your general direction, the sullen Magister settles back to his task of glowering at Ifan. And now you. Ifan fragen, warum der Magister ihn des Mordes verdächtigt. We used to know each other. More is the pity. I was his commander many, many, many moons ago. Isn't that right, Vic? Standing far back from Ifan, the tight-faced Magister draws one finger across his throat in an elaborate fashion, but says nothing. Ifan grins, flashing pointed white teeth. Same as he was at 14 years old. Only difference is somebody gave him a bigger sword and now is Johnny Bigpance. Ifan fragen, was er angestellt hat, dass er der Gnade eines Unge-Untergebenen ausgeliefert ist. Long story. Maybe I'll tell you about it and the joy. Away from interested parties. Sagen, dass du immer noch neugierig wegen des Mordes bist. Wer war es? No. Oder war er es? Ich fand Fragen, ob er etwas über euer Ziel weiß, die Freudenfeste. Sagen, dass du Alexander gerne treffen würdest, du würdest ihm genau vermitteln, was du von seinem verfluchten göttlichen Orden hältst. Easy now. I might think the same. But Vic here will blow a blood vessel if you hear she talking like that. What are you conspiring about over there? You? What's your name? Oh, don't mind him. Vic's just got a bee in his bonnet. And that bee is me. Name! Sagen, dass du Lentor heißt. Dich als Victor vorstellen, ganz recht. V-I-K-T-A-R. Victor. Magister Victor schaut dich auf dich schuldig. Dann schrault etwas illegitiges in einem kleinen Notbuch. Er schrault auf dich, als er das Notbuch zurückkommt in seinen voluminischen Räumen. Away mit dir. At once. Ifhan performs an elaborate pantomime of keeping quiet, one finger in front of his lips, as he leans back against the wall. I've seen more appetizing things coming out of the plague-stricken pigs. There's... There's nothing else I can make, your majesty. I spent my life singing for my slaves to bring me my supper. Feiner fare than boiled roots and rotten tubers, too. Meanwhile, the magisters feast on honeyed meat behind this very wall. Ah, the indignity. Well, well, what have we here? A fresh face in this stale hell. Let's size you up, shall we? See if you'll do. The lizard looks you up and down, like a farmer with a fetching horse. All of a sudden, he grips you firmly by the chin, with the intent of inspecting your teeth. Let's keep him by launen, let's see where he's going to lead this way. Hmm. There's some discoloration, but I've seen worse. After all, one can't expect to find prime merchandise on a squalid little ship like this. Now then, to business. You will answer me three questions. The first one is this. Lachen. Lachen und sagen, dass du kaum Spanfackel von Steckrüben unterscheiden kannst. Is that right? I have a few questions for you. Oh, goodness, no. And don't even mention the demons' testes, that are turnips. On to the second question. Can you knit, weave? In short... Uh, Taylor? Ein Daumen durch eines der Löcher in deinen Kleidern stecken und loben, wie sie einen im Sommer kühl halten. Yes, I can tell from your vagabond chic. A bag is as good as a shirt kind of style. I shouldn't be getting my hopes up. On then, to my final query. I'll give you that. Have you the ability to administer the upkeep of one's personal appearance? The delicate art of cosmetics is what I'm after. Dich am Kinn kratzen und ihm sagen, dass du dich zu erinnern versuchst, wann du zuerst gebadet hast. Welchen Monat haben wir jetzt? Just as I thought. That explains what's besieging my nostrils. So, three questions asked, three questions answered. Let's evaluate, shall we? As per your own testimony, you have the taste buds of a dung beetle, the fashion sense of a monkey in a clown suit, and your personal hygiene reminds one of a carcass rotting in the sun. That won't do at all, see? I'm sad to say, I must deny you the opportunity to be my slave. Ever so sorry. Traurig gucken und ihm sagen, dass du sehr enttäuscht bist. I know, I know, but you just don't have what it takes. A good slave's made of sterner stuff, I'm afraid. Still, hone your skills, and one day you may just qualify for a position in a lesser household than mine. You keep dreaming, you hear? No, please don't come begging me, I... You're looking mad. Insufferable, surely. What are you trying to hear anyway? I'll tell you if you can keep it quiet long enough for me to listen. Hmm... Never thought you'd end up a prison guard. You're one of them. A divine order loyal. They kill the sorcery, you know. They'll hide the evidence well enough. Make no mistake. A broad dwarf sits totally upright on the bench. Eyes closed. Palms face up on his knees. His beard is a cascade of meticulous plats. Each one braided through with golden medallions. He raises an eyebrow as you approach, but doesn't open his eyes. Listen up, ghetto. You hear that? Mädchen, I'm going to tell you that you're going to think of the future, and you're going to talk to yourself like a child. He's coming out of fake, broken face. He turns his head towards you, looking you up and down, and smiles, before turning his attention to the ship once more. You look like a girl to me. Listen, if you're interested. Or get gone, if you're not. The ship, of course. Still sein und auf die Geräusche im Schiff lauschen. A wave of sound washes over you. The unintelligible chatter of your shipmates. The groaning of wood from floor to ceiling. The boom, crash and crackle of waves around you. Complaints from the sea itself. And? Wir stellen, dass die anderen recht geschwätzig sind. Du kannst fast nichts außer ihrem Geplopper hören. Heh. A calming sort of sound, isn't it? Where there's talk, there's health. That's all you hear though. Listen close. Die Augen schließen und versuchen, die Umgebungsgeräusche auszublenden. There now, just like that. Ah, squeeek! Aha! His eyes snap open, as his countenance breaks into an expression of joy. One great paw claps you on the back. The other catches you, before you lose your footing. There. You heard that, didn't you? I knew it. I knew it. Ah, this is good news, ghetto. Good news. The question, why he's so afraid, that's was just a rat. No, you beautiful idiot. That wasn't any rat. It was the wheel. Squeaks whenever the helmsman jerks it clockwise, which means we're heading east. Pardon my beard. That means, if we've been traveling for, yes, only 10.34 nautical miles to Fort Joy. I'm going to say that he's not going to talk about a hairy beard. I'm going to say that he's not going to talk about a hairy beard. I'm going to say that he's not going to talk about a hairy beard. Ah, so you have eyes as well as ears, eh? You'll go far, mate. Even here. Fragen, warum er sich so auf die Freudenfeste freut, war es nichts Gutes über den Ort gehört. Heh, no indeed, ghetto. But that ain't my final destination. The dwarf leans back from the table and strokes his beard. Gold Medallions jingling merrily. His eyes roll over to you. That'll be all. Thank you kindly, ghetto. Eine Augenbraue heben. Wenn er an einem Fluchtplan arbeitet, willst du dabei sein. He continues stroking his beard. A beautiful smile on his lips and doesn't acknowledge you anymore. If you'll be pardoned in me, I'll be much obliged. Okay. The elf is reading a volume of Cranley Hubert's famous encyclopedia. He looks up, his big round eyes scanning your body, absorbing every detail. He reaches out and takes your hand, turning it this way and that, examining it from every angle. Finally, he pinches your skin, gently tugging at it. Fascinating. He sits back and returns to his book, flicking quickly from page to page, completely oblivious to your presence. It is simultaneously too detailed and insufficient. I know the beginning of this tale and the end, but I am rather missing the middle. Tell me, what do you know of your our world's history? Oh, please. I have no interest in that. Your books are too full of it already. Are you ready? No. I want to know about the celestial. I want to know about your gods. This text tells me that they created all creatures, but nothing of what came before. Where did these gods come from? Who are their people? Where are the others of their kind? What do you want to know about them? 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 Of course you don't have any useful information. Why did I expect anything else? Now please run along. I have a world to decipher. Why do you want to know about them? Why do you want to know about them? Why do you want to know about them? No amount of pestering will get the elf to take his eyes off his book or respond to your questions. I have seen more appetizing than coming out of plague-strikened water. Here is a register, ma'am. Good, good. Magister Williams has just about done with the last passenger. Are you fair and okay so far? I'm going to ask him if everything would be okay with him if he had a heel ring like a dog with a leg and a murder. He would be locked together with a leg and a murder together with a murder. He took the collar of his uniform and chuckle. Sorry you're upset, ma'am. But we all wear what we wear for a reason. You head on in now. Williams will get you shorted fast. Windego? We can first go up before we do that. If it's possible. The hatch is blocked. I'll need to find another way. Okay. Anscheinend not. Can we just skip to the part where I reassure you and you shut up? The woman keeps rolling her dice. She pays you no further notice. And sufferable? Surely. I'll tell you if you can keep it quiet long enough for me to listen. Keep those balls trained on her. And if she tries to run, shoot at her kid. Standing at the center of the room, you spot a sorcerer haughtily eyeing a pair of nervous-looking magisters. They keep their crossbow trained upon her as she's being interrogated by an officer. So you admit it then? You murdered that poor fella. Yes, I did. But of course, that was only the beginning. Ah, there we have the murder quest closed. She turns her head and looks you straight in the eye. There are others whose lives must end. Good God, the woman is mad. You there, sorcerer. Go and fetch Magister Siwan. We need to do more than collar this maniac. We need to shackle her hands and feet. She is dead. The Quellen-Magiarin can ask what she said with here are others whose lives end must end. It means your journey was closed. Do stick around for its finale though, because... She reaches for her collar and simply removes it. I'm just about to create a scene. Subjure, man, quickly. If she casts Source, the Voidwalker will come. They'll end us all. She smiles with wicked satisfaction. Precisely. Oh shit. What happened? This was not so delicious. I'm excited. Wow. Ah, the function, all this is great. kaputter quellenhals ring amulett und zerstörbar bringt uns aber nix nicht Shooter noch rein. Ich hoffe das lohnt sich auch. Aber wahrscheinlich finden wir hier gleich einen Schlüssel irgendwo. Tut mir echt leid Leute, aber ich will da rein. Vielleicht erwartet uns da was richtig cooles. Vielleicht haben wir das. Tadam. Diese Folie enthält keinen Text stattdessen sind auf allen Seiten Zeichnungen von Drachen zu finden. Der Künstler ist nicht gerade talentierend macht sie es aber durch seine Alpha wieder wett. Schriftrolle der Regeneration hat sich doch gelohnt. Nein. Waschzuber. Was hat die jetzt eingesammelt? Da ist Anforderung. Tietz. Ein paar von ihnen sind in guter Stimmung, besonders die Kinder, die anderen sind missmutig, macht ihnen keinen Vorwurfänderung, sind hart auf. Okay. Quellenmagier Zellen. Eckraum. Eckraum. Aber nicht der hier, oder? Aber nicht. Es tut mir die Zeit. Wirkliche. Sie bei den Schultern Pogmon schütteln. Okay, dann nicht. Hm, scharf. Wir versuchen, dass du hier rausbringst, wenn du sie hier rausbringst, wenn du kannst. Okay. An seiner Brust nach einem Herzschlag lauschen. Na gut, wir können auf jeden Fall nicht mit denen reden. Oh, Victor ist tot. Ihn schütteln, um ihn zu wecken. His eyes flicker open, but he doesn't register your presence at all. Lucien, Lucien. If Anne cries out, then his eyes fall closed again. No matter how much you shake him. Hmm. Mm. Elfen können Gliedmaßen verspeisen, um die Erinnerung der Person zu erleben, die in sie einst gehörten. Das bringt uns jetzt aber leider nicht gerade viel. Wo haben wir denn eigentlich unser Tagebuch? Woher? Tja, dann müssen wir wohl hier lang. Aber was ist denn der Bugraum? Oder Heckraum oder was war das? Heckraum, ein alter Schuss, das könnte ja wohl aufschließen. War das vielleicht für die Tür? Ach lol. Wie geht's noch weiter? Den Hund fragen, was los ist. Den Hund fragen, ob er nicht seine Aufgabe ist. Der Hund will sagen, dass du das hier nicht angerichtet hast. Er will das machen, dass es auffällt, wenn du könntest. Ich kann mir gut vorstellen, dass ich gegen die kämpfen muss. Aber gut, auf geht's. Ja, das ist nicht der Heckraum. Hä? Ist das nicht der Heckraum? Tagebuch. Tagebuch. Du bist aufgrund der verschmierten Tinte schwer zu lesen. Den letzten Antrieb kannst du allerdings größtenteils entziffern. Ja, toll. Mit den Händen wedeln und Sonnen singen. Er legt sich besser nicht mit dir an. Ja, war ein Versuch wert, ne? Ja, Mann. Ja, Mann. Ja. Ja. Ja, Mann. Schmerz. 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 Ich würde allgemein mal interessieren, ob man alte Charaktere hier wieder trifft. Schriftrolle der Wiederbelebung, dann mal gerne mit. Wie viel bringt das Gemälde? Im ersten Teil haben die richtig viel gebracht. Ach, gar nichts bringt das. Ich werde das Gemälde beherren, aber ich werde das Gemälde beherren. Orangensaft. Mein erster Bogen. Macht der mehr Schaden? Nö. Aber weniger Bewegung haben wir durch die Armbrust. Obwohl können wir nachher verkaufen. Oh, was macht der denn da? Schlüsse mit Schädelstempel. Im Lagerraum befinden sich Todesnebelfässer. Haltet euch fern, genauso wie es auch Riggs tun sollte. Also. You pass through the door and a suddenly face-to-face with an undead. His skull is bizarrely angular and a glorious jewel sits in the middle of his forehead. The skeleton is quickly leafing through a volume of Cranley-Hubert's famous encyclopedia, muttering to himself. No, no, no. What damn fools record knowledge on a pulped tree? It catches fire. It turns into must when wet. It cannot even resist acid. No wonder they're so bloody ignorant. The skeleton looks up and notices you for the first time. Oh, it's you. Shouldn't you be running and screaming or something like that? The way he holds the book is somehow trusted. The skeleton groans and looks back to his book, frantically flipping from page to page. Yes, indeed. It's the look of someone that wants to read the bloody book he's holding. Now, if you're really quite finished, I believe you have lifeboats to flee to. That's it, the elf who read the book. Please, I was no more an elf than you are those rags you're wearing. I had a mask rather ingeniously designed which allowed me to take that primitive form. A mask that was stolen by that damned witch after her little scene. Still, she'll drown with the rest of these fools. And I will simply pluck my mask from her cold, dead hands. The skeleton holds up his book in one quick frustrated movement. I am trying to discover if there is anyone worth saving. And I will be damned if I let the lives of some mayflies get in my way. Go on, go. Swim or drown or do whatever takes your fancy. I have a book to read. Oh man. Oh oh, that looks not good. With the symbol. Let me tell you, here is not coming. Or up? 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 Or was painted recently, judging from its pungent scent. You don't recognize the symbol, but it's clearly warning you away. You press your palm against the door to open it. The wood feels neither cold nor warm, but simply grey. The color drains from your hand and you are left numb. The door off? It doesn't budge. Hm, deine Schlüssel verwenden. Sofortiger Tod für die Lebenden. Tja, dann sollte man Fäen mitnehmen, ne? Größter Teil eines Schwerts. Ha, ha, ha! Ha, ha! Leeren Kreaturen. Nicht so lecker. Nicht so lecker. Nicht so lecker. Nicht so lecker. Schriftrollen des Feuerballs sind wir gerne mit. Was? Was? Wir haben ja erst Looten. Nicht erreichbar. Na gut da hoch kommen wir. Kommen wir hier noch hoch. Ja. Na gut dann auf zum Boot. Okay. Oh mein Gott. Schau dich an. Kinder und Dwarfen zuerst. Wie die alten Geschichten sagen. Der Dwarf Yank hat eine der näheren Röpungen. Sie sagten, es gab andere Menschen da unten. Wir müssen ihnen helfen. Siehst du diese Tentaklen, Kind? Es ist Zeit für die Hölle raus. Den Zwerg eine Flammenbärtigen Falkling nennen. Du wirst weder unter Deckchen nach Überlebenden suchen. Dankeschön, 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 Dankeschön. Es ist eine Ladder hier oben. Du kannst direkt runter gehen. Du wirst uns die Todes von uns. Oh, jetzt geht's auf einmal. Oh nein. Dich, was zuerst? Oh! Oh. Oh! 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 Oh, oh! Es ist Ich bin schlecht. Wo sind denn noch Gegner hier? Ach, da hinten. Na, brauch ich eh nix machen, ey. Wie komm ich eh nicht hin? Sweet. Na, dann auf geht's. Hier ist eh nix mehr. Stufenaufstieg. I have plans for you, child. Rise. Rise. Honorable Dallas, we lost a ship sailing sorcerer prisoners to Fort Joy. We assume some escaped and broke their collars. There, vile magic lured the Voidwoken. All who were aboard, now presumed dead. Yours faithfully into eternity. High Judge Oryvan. Cool. Cool. Strand der Freudenfeste, ja toll. Sind wir ja doch da, wo wir... Na ja, geil. Die Voidwoken macht das schwarze, blöde work of a ship. Am I the lone survivor? It seems someone, something, wanted me alive. Oh ja, Leute. Ich würde sagen, wir machen jetzt aber erstmal Level Up. Weil... Ist wichtig. Richtig und wichtig. So, Leute. Was machen wir denn am besten? Ich würde sagen, Finesse. Ach, kann ich gar nicht zurück machen? Und... Verstand. Ich versuche das immer am besten so zu machen, wie halt der Charakter aufgebaut ist. Also zum Beispiel werden wir jetzt hier nicht in beidhändigen Kampf investieren, weil es macht gar keinen Sinn. Aber hier können wir nur eins höher machen, leider. Und jetzt... Und... Aber hier können wir nur eins höher machen. Aber hier können wir auch noch mal machen. Und dann... Und dann... Meister, extreme Überredung, Telekineser, machen wir mal Lehrmeister. Das andere brauchen wir eigentlich eh nicht. So meine Freunde, aber ich würde sagen, wir werden erstmal einen kleinen Cut an der Stelle machen und dann im nächsten Part weitermachen. Dann bedanke ich mich erstmal fürs Zuschauen und dann sehen wir uns wieder im nächsten Part von Divinity. Rotorin.